Es ist ein Traumjob. Es ist, wenn das Licht ein Anliegen ist, wo willst du hingehen? Wirklich. Und ich habe das auch, ich sage mal, die letzten Jahrzehnte, muss man sagen, auch in die Richtung mit unterstützt. Es ist, wir überleben nur durch Innovation, das hundertprozentig. Wir müssen uns das wirklich hart aus den Rippen schneiden. Aber wir haben das beste Feld, Betätigungsfeld, das es gibt. Ich bin Physiker, ich könnte Elektrotechnik oder keine Ahnung, wo man Physiker überhaupt braucht, alles mögliche. Quantenphysik hat zwar auch mit Photonen zu tun, ist aber ein ganz anderer Bereich. Und da reden wir von Licht, von Erleben. Und du musst schon mal einen jungen Entwickler anschauen, zum Beispiel heute bei der Bemusterung, wenn dann alle unten stehen und dieses, das ist Licht, das ist erlebbar.